so ihr lieben so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge das chaos jawohl so heute machen wir die schocki weiter die letzten zwei videos haben wir ja mal so ein band da gelevelt ging eigentlich übelts flott finde ich deswegen müssen wir heute weiter level was hier rauskommt ja ich will dass ich wollte eigentlich verschieben habe ich das noch drin hier mit den ja habe ich noch so ist ja ja nicht eigentlich buchen ein leader ich auch noch gleich mal noch rüstungen mit sammeln oder einfach wenn sie mal runterfällt man mitnehmen war ja nicht eigentlich noch so eine litte ja hier auf der ecke ob ich herum hier am bild ist ja ich möchte kisten rausgeholen hat weil ich weiß 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 aber da wird versteckt sei gehe ich mal davon aus wo bist du leader wo bist du schwester wo ich möchte kisten raus die hätte ich gern habe ich gern haben so wir haben neue rüstung steht wir haben die film sind schon jetzt mit 160 haben wir noch eine hier schauen wir uns kein mal ok und schon alles gelobt was denn noch was ja weil ich nicht alles neue anhaben noch ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht hier ist ein liter wir haben ihn hier ist ein liter frei haben wir buch gekriegt und machen was meine würde ich ja ich will das hier überhaupt nicht rüber schieben so wieso kriegen wir jetzt eigentlich schon ich nie schon nicht schlecht um so schlau so ohne monstreich ist ja und wieso kriegt man denn wenn ich nie ist doch 175 ich beschwere mich nicht jetzt der politik beschwere ich mich nicht hier so aber das nicht immer so ab auch der elite schon gut doch doch wir haben ob es um die kiste gekriegt hängt aber auf der ecke da war jetzt übert schnell da oder das so entschuldigung schaltet bescheidig weil ich und das netz so schnell wenn wir die das ja auch gut mit mir ohne schlechter neue rüstung gekriegt und bleibe ich schon noch schaden aber es läuft ja mir wurde ja in vollen ranger zu machen zwecks aber ich wollte mal hier mit der asser spiel dass das sehen habe ich ja nie gespielt bitte immer noch gerne was jetzt der leader kommt auch über felsen löst sich in luft auf holz holz und schon was seht ja normalerweise geht man tun glaube ich habe ein bisschen angst die mache doch schon ganz schön aber manchmal so da habe ich siehst du die zieht schnell hoch aber ja im moment alles verkaufen was ich gesehen habt ihr trockte holen ich wollte jetzt holen sagen helm der hat bessere werte wie die das was nur aus dem paket bekommen haben hier diese rüstung rede ich jetzt davon bisserl bessere werte dazu brauchen wir aber der ruhe nennen dafür brauchen wir doch nun aber ich denke mal die kommen doch bestimmt euch wo ihr trocken oder ob man die hoch oder weiß nicht deswegen lässt sich ja hier alles weil ich es nicht war erst die trocken mir ruhen habe ich gesehen ich habe so eine kiste haben wir können ja mal so eine klicks rolle eine glück schriftsrolle bereipacken da haben wir ja sehen vielleicht truppen die ruhe also steht jedenfalls da oben da eine rüstungsteile und drohen kann man ja trocken steht jedenfalls da oben wenn man die anklickt also wenn man so gilt nur stets unter ruhen trocken kann aber vielleicht brauchen wir das noch gar nicht ich weiß es nicht ja tropft ja auch die komischen noch mal sieht aus wie so kristall oder sowas das ist da irgendwie hier die komischen equipment steine ob es jetzt war jetzt der lieder nicht dann und steck ist ja dann müssen wir alles mal öffnen locker regen und schränke ist und alles über aufmache ich würde es ja gerne mal ausprobieren nur hier und wir spielen auch das funktioniert nicht wie es ist nicht noch nicht so sicher im schatten dresdorf ich da keine angst weil er hat so eine arbeit da war noch die dann alle weg wo ihr so und jetzt hier bin ich schon mal schweige nicht ohne hit ohne mit nur aufpassen wenn ich das ist immer da dann voll ist ich muss mal gucken naja geht noch ein bisschen was er ist alles kohle bischen jeld brauchen wir weiter zu machen da brauchst du bisschen gold ohne gold lebt ja nix eigentlich auf gehen so ach gott ja schon die zweite igne weil da geht es noch ein bisschen schlau da können wir eventuell beschalten auf die zweite entschuldigung da kann man vielleicht pool mit der zweiten igne läuft doch schon nicht schlecht also und trocken wir ja nicht steht zwar oben drin dass die ruhm ohne trocken sollen aber jetzt haben wir noch gehen ja gucke doch es geht doch ein bisschen jetzt vielleicht doch wir ziehen zwei runde ich probiere aus entweder weil ich um oder ich falle nicht um aber gleich sehen werden wir gleich sehen bis jetzt geht das war ja noch nicht so viel und hier wird noch mehr jetzt kommen wir brauchen aber es läuft noch es läuft noch es läuft noch frei mal hier hier Das noch läuft. Ja, hallo, nur noch mal den Helm. Der Elite ist bis jetzt noch nicht wieder okay, man weiß es nicht. Hier ist doch nett. Oh, ich bin ja bald so hoch wie der Schatten drehst du. Oh, du bist. Oh, du brauchst mir jetzt mal mehr. Oh, du brauchst mir jetzt mal mehr. aber es geht da lag doch es geht das wäre ich mir geht doch schon dort weil ich jetzt du das buddys mit todes mutig du bist auch und ja alles jetzt und jetzt aber mehr aber gut jetzt funktioniert funktioniert ich hoffe es ist auch weiter und aber der leder hier ist der leder schön wo jetzt mit euch ne dings gekriegt so jetzt will ich mal gucken im inventar doch die trocken ruhen hier 33 haben wir hier das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt die trocken diesmal ja auch nicht auf der liste guckt weil das weil ich gepult habe mit der blick auf die auf die mobs wir sind bloß nicht ob das mit der klickschutz rolle was zu tun hat wo haben wir ja noch mit dem bodier mal reinhauen nämlich jetzt gerade abgelaufen ja ich würde gerne hier unten bleiben ich weiß ohne hand botten botten das haben wir reichen beute ich würde gerne hier unten bleiben schon alleine wegen doch gott und doch hier sammeln wegen das war mal gleich leder wegen die lieder und ich doch schon hier unten jahre bleiben ich glaube um sind mehr aber ich würde lieber hier unten bleiben mit der leder kommt ja doch schon mal manchmal was besonderes oder zumindest für mich was besonderes daher so die sammeln wir jetzt so oft die helmen und dann würde ich sagen ich gucke mal ich bin bloß im moment da ich mache noch ein bisschen ja dann hör mal sport nicht das war jetzt irgendwie noch hier lager bei spielten ja gut da können vorher verkaufen lager bei spielten ja gut bisschen ob sammelt ja und jetzt hier oben spielen die kohle was wohnung mit aber schnell aber klinik schnell aber so läuft es trotzdem wieso bist du nicht gekommen ich hole mal hier eine axt aber doch die dal herstellt ja hier alles abholen kann weil der wort ist schön dass wir die reichweite noch größer wäre was läuft und 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 ich will den lied und noch behaupten wo ist denn nur noch mal eine karte zahl oder freu und ist gut so ihr lieben ja ebenso gut ihr lieben somit bedanke ich mich für eure zusehen für eure kommentare für eure likes mega daumen euch und viel spaß bei lascars und auf meinen kanal und schorki 168 tschüss tschüss